Die Anne-Frank-Schule. Hier ist jeder willkommen. Wir stehen für Toleranz und Respekt ein. Hier lernst du nicht nur für Tests, sondern auch fürs Leben. Kreidetafeln suchst du hier vergebens. Smartboards und Tablets sind angesagt. Wir bringen dir nicht nur bei Französisch, Englisch oder Niederländisch zu sprechen. Wir nehmen dich auch direkt mit auf eine Reise in diese Länder. Spannende Experimente gibt es bei uns nicht nur im Chemieunterricht. Ob am Bunsenbrenner oder an der Nähmaschine. Am Bohrer oder an der Säge. Ob als Chef in der Schülerfirma oder als Chefkoch in der Küche. Hier kann jeder seine Stärken zeigen. Da hat man sich auch eine Pause verdient. Dank unseres großen Angebots an Geräten wird es dabei auch nie langweilig. Von Hausmannskost bis Burger. Fleisch oder Veggie. Hier wird täglich frisch gekocht. Da ist für jeden was dabei. Auch nach der Schule ist noch richtig was los. Unsere Nachmittagsbetreuung bietet Spiel, Spaß und Abwechslung. Kicken wie Messi, Ronaldo oder Mbappé. Bei uns kannst du das nicht nur im Sportunterricht, sondern auch in den Pausen auf unserem Soccerfeld. Bei uns haben zahlreiche Sportarten ihren Platz und unsere AGs bieten noch viel mehr. Die suchst du dir selbst nach deinen Stärken und Interessen aus. Ob sportbegeistert, Technik interessiert oder auch künstlerisch begabt. Es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen an der Anne-Frank-Schule. Hier lernst du fürs Leben.